hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren tutorial dark souls 3 und zwar heute geht es um den eid das finstermondschwert und der ist ein bisschen tricky zu finden deswegen zeige ich den mal wo ihr den finden könnt so dann starten wir hier am feuerband schreien so und zwar reist ihr dazu zu anu londor oder anu londo zu dem leuchtfeuer das ist der kürzeste weg eigentlich so wenn ihr hier in dem leuchtfeuer seid umdrehen und dann hier wieder zurück leute jetzt werde ich denken hä wo geht denn der hin aber geht ihr hier die treppen runter der turm muss natürlich ganz nach oben gefahren sein sonst geht das nicht so und dann denkt ihr was ist denn hier genau und jetzt geht hier einfach geradeaus rüber und zwar ganz langsam so ich hoffe mal dass ich jetzt hier nicht unterfalle so wenn ihr hier seid geht dann noch ein bisschen genau dann springt ihr einfach hier rüber sieben versteckt der weg leute dann macht ihr hier das bonfire natürlich an so sehr gut und dann tada da ist der npc der euch jetzt den eid gibt name by self stranger i am joshka captain of the dark moon nights what beckon die to such a place finstermund treue ausführen so sehr gut so sehr gut sehr gut captain to this knightless company i remain i will grant thee purpose Du hast jernied far. Hear my voice. If thou shalt swear by the Covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Gwynevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I place thee under the Aegis and the power of the dark moon. Thou art now a blade of the dark moon, the only knight of our company. Swear this oath and face thy solemn duty. Klinge des Finstermonds Oh, good blade of the dark moon. Welcome home. If I can provide thee succor, only tell me how. Long ago, our father Gwyn lamenting the waning of the fire became cinder of his own will. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of Father and the gods. And so the dark moon knights took arms to watch over those who link the fire. But long ago, our company lost its last proper knight. Only its covenant was preserved to this day, until the time of thy visit. Adam takeeth many forms, indeed. Off so soon? May the dark moon watch over thee. So, Leute, das war's auch schon wieder mit dem Tutorial. Jetzt habt ihr mal gesehen, wo ihr den Eid bekommen könnt. Ist gar nicht so leicht. Und zwar muss der Turm ganz nach oben gefahren sein und dann könnt ihr über so eine unsichtbare Brücke drüber. Habt ihr auch gleich ein Leuchtfeuer und könnt auch den Eid annehmen. So, wenn das Video ein bisschen hilfreich war und euch auch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Es folgen auf jeden Fall noch mehrere Tutorials und auch viele letztendlich das Plays von Dark Souls 3. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.